Hi Leute! Heute möchte ich euch mal meinen ersten Teil meiner Moles vorstellen. Und ich zeige euch mal alle so schön. Das ist ein Schmetterling. Die drücke ich mit normalem Baumarktsilikon ab. Das ist eine Eule. Das ist ein Schlumpf. Dann haben wir hier eine Sonne. Dann eine Blume. Dann habe ich einen Mond. Dann habe ich hier einen Pinguin. Dann eine Rose. Dann eine Cola-Flasche. So eine kleine Haribo-Cola-Flasche. Dann haben wir hier eine Rose. Also eine Blume. Dann haben wir einmal Kirschen. Dann eine Himbeere. Dann eine Ananas. Und eine Blume. Der hat ordentlich abgefärbt. Dann natürlich Haribo-Gummibärchen. Der darf nicht fehlen. Dann ein Blümchen. Dann ein Seestern. Dann wieder eine Blume. Dann wieder eine Rose. Schön viele verschiedene Rosen. und dann den Froschkönig. Schön mit Krönchen. Und dann noch wieder eine Blume. Dann haben wir einen Papagei. Dann haben wir einen Papagei. Und dann haben wir... Ja, ich glaube, eine Weintraube war das. Soll ich das sehen? Ja, das war eine Weintraube. Dann eine Minirose. Dann eine Biene. Dann eine Erdbeere soll das sein. Das ist natürlich ohne Grünes. Dann haben wir hier eine Palme. Dann habe ich hier eine Krone. Dann haben wir hier eine große Rose. Dann haben wir einen Fisch. Und dann haben wir hier eine Eule. Dann haben wir hier eine Moschel. Dann habe ich hier noch eine Banane. Und dann einen kleinen Frosch. Dann habe ich hier noch einen High Heel Schuh. Dann haben wir hier noch eine Blume. Dann ein Herz. Dann ein Herz. Dann... Engelsflügel, Doppel-Engelsflügel. Dann habe ich hier noch... Dann habe ich noch... Das ist ein Cupcake. Komplett mit Versierung oben und alles. Dann haben wir hier noch mal einen großen Frosch. Dann haben wir hier noch einen großen Frosch. Und dann habe ich hier noch einen Pilz. Dann habe ich hier eine andere Muschel. Und hier habe ich noch eine kleine Fledermaus. So, und dann habe ich jetzt noch diese Muschel. Das ist eine Katze. Und ein Elefant. Das ist eine Schildkröte. Das ist ein Pinguin. Ein Hase. Und ein Seepferd. Dann ein Dino. Und ein Hönchen. Dann habe ich die noch. Ein Rose. Und die hier, eine Dahlia. Dann habe ich noch hier den Dominostein. Und dann habe ich noch das Oberteil von einem Lolli. Und man kann es auch für Cupcake nehmen oder so. Dann habe ich noch die beiden noch. So, einmal ein Pferd. Und einmal ist es noch ein Hund. Und dann habe ich jetzt noch, letztens im Tauschpaket gehabt, ein paar schöne Mons. Und dann habe ich hier ein, was war das? Ein Pärchen. Und ein kleiner Hase. Und einen Keks. Dann habe ich hier noch einen kleinen Apfel mit Gesicht. Dann noch ein kleiner Hund. Und noch eine Erdbeere. So, das waren erstmal meine Mons. Der erste Teil. Die nächsten folgen dann bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.